Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ihr seht es, es geht wieder los. Black Friday, Cyber Monday, Black Week, alles was es da nicht gibt, geht wieder in die nächste Runde. Und besonders vor dem Weihnachtsgeschäft ist es super profitabel, hier Produkte günstig zu kaufen, günstige Schnäppchen sich zu schnappen und diese Gewinn bringt, vor dem Weihnachtsgeschäft weiter zu verkaufen. Auf Amazon und Ebay eignen sich dafür als Plattform und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt, wie ich mich darauf vorbereite. Das Ganze in diesem Video, viel Spaß dabei, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Ja Freunde, wie angesprochen, Black Week, Black Friday, es ist wieder soweit, die Hochsaison vor dem Weihnachtsgeschäft, wo hier Produkte vergünstigt angeboten werden. Man muss natürlich aufpassen und nicht alles kaufen, was günstig erscheint. Deswegen möchte ich hier in diesem Video dir zeigen, wie du Preise analysieren kannst und bestimmt bestimmen kannst, ob diese günstig sind und ob man die in Zukunft oder direkt im Weihnachtsgeschäft teurer und profitabler weiterverkaufen kann. Falls dich solche Themen interessieren, aber auch alles rund um E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, auch den anderen Marktplätzen und natürlich die Selbstständigkeit, Motivation, vieles weitere, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Und wenn dir dieser Content gefällt, dann gib dem Video jetzt schon einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos und wir wachsen hier als Community zusammen und helfen uns einander. Ja, ihr seht, ich bin hier schon auf der Seite von Amazon und hier seht ihr Black Week, Black Friday. Es ist schon gestartet am 17. November. Am Freitag hat Amazon hier die ersten Deals veröffentlicht und der Verkauf ist hier schon auf Hochtouren. Hier gibt es Prozente bis zu 70% reduzierte Produkte und in allen Kategorien alles breit verteilt. Ihr könnt hier durchstöbern. Ich packe euch alle Informationen und einen Link in die Videobeschreibung zu diesem Video, wo ihr alles weitere findet. Und dann könnt ihr natürlich hier ein bisschen rumstöbern und schauen. Es ist natürlich bei der Masse sehr schwer. Es sei denn, du hast eine bestimmte Kategorie, die du gerne verkaufst, mit der du gute Erfahrungen hast. Dann kannst du hier sicherlich auch das Ganze filtern und dann schauen, was gibt es hier für Prozente. Ich möchte euch nur zeigen in diesem Video, welche Tools ich dafür nutze, um wirklich zu sehen, ob ein Produkt profitabel ist im Einkauf, um diesen profitabel dann auch weiter zu verkaufen. Zum Beispiel gehen wir mal auf so ein Echo Dot Produkt von Amazon direkt und ihr seht zum Beispiel hier 21,99 kostet das Ganze und dann können wir nicht wissen, wie hat das Produkt denn früher gekostet. Weil diese UVP und verbindliche Preisempfehlung ist oftmals sehr verwirrend und nicht unbedingt der Realität entsprechen. Dementsprechend gibt es ein Tool und zwar Keeper, was ich dafür nutze, wo ihr dann direkt seht, wie hat sich der Preis denn in der Vergangenheit für dieses Produkt verhalten. Das Ganze funktioniert auf verschiedenen Browsern und hier für Amazon Produkte. Und ich kann hier wählen zwischen Wochen, Monaten, Quartalen und Jahre und auch komplette Laufzeit dieses Produkts. Dieses Produkt ist jetzt schon über ein Jahr drin und wenn ich mal zurückschaue, diese ganzen Preissenkungen nach unten gab es schon mal. Wir haben hier irgendwelche Blitzangebote für 21,99, was es schon mal gab. Das war jetzt Juli dieses Jahres und ihr seht, es kostet 21,99, stand jetzt. Regulärer Preis sind tatsächlich 64,99. Ab und zu gibt es mal Angebote für knapp 40 Euro und so weiter. Also ihr könnt das wirklich zurückgucken, die ganze Historie von jedem Produkt und so könnt ihr direkt sehen, aha, dieses Produkt gibt es jetzt für so viel. Wie könnte ich es in Zukunft weiterverkaufen? Ihr habt auch die Möglichkeit hier direkt auf Ebay zu gelangen, um hier das Produkt auf Ebay zu sehen, wie es weiterverkauft wird. Ich packe euch unten, wie gesagt, einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr nochmal Keeper ganz genau erklärt bekommt. Ihr habt nämlich auch die Möglichkeit hier Preisüberwachung zu machen. Das heißt, einen bestimmten Preis, den ihr erwartet oder der in der Vergangenheit schon mal gewesen ist, könnt ihr hier eingeben. Und dann könnt ihr den Preis überwachen auf ein Jahr und dann werdet ihr direkt benachrichtigt, falls dieser Preis erreicht wurde. Sehr gutes Tool, wie ich finde, kann man sehr gut nutzen, um hier günstige Produkte schnell und gewinnbringend zu kaufen. Des Weiteren habt ihr auch noch die Möglichkeit hier auf Idealo, eine Vergleichsplattform, die ich selber regelmäßig nutze. Einer der größten Vergleichsplattformen für Produkte, aber auch andere Sachen. Und zum Beispiel habt ihr hier die Möglichkeit jetzt nur als Beispiel Haushaltswaren. Klickt ihr drauf und dann habt ihr das nochmal detaillierter. Sagen wir mal, wir gehen auf Töpfe. Und dann haben wir die Möglichkeit direkt verschiedenste Produkte zu sehen in verschiedenen Shops. Und natürlich sind da die Marktplätze auch gelistet. Und hier habt ihr diesen Schnäppchenfilter. Da klickt ihr drauf. Und dann könnt ihr direkt schon sehen, okay, wie weit ist das runter reduziert. Zum Beispiel so ein Topfset von Selit. Klicken wir mal drauf. Und hier haben wir zum Beispiel 130 Euro. Andere sind da zum Beispiel bei über 200 Euro. Und Ebay, Kaufland sind schon noch weiter höher. Und da kann man definitiv mal vergleichen. Hier habt ihr auch direkt so eine kleine Historie. Preisentwicklung, wie hat sich das in den letzten Jahren verhalten. Und hier seht ihr dann direkt, aha, okay, das ist jetzt so fürs letzte Jahr der günstigste Preis für 130 Euro bei diesem Anbieter hier. Nur als Idee. Und hier könnt ihr natürlich alles kategorieabhängig auch für euch filtern und schauen, wie welche Schnäppchen da gerade verfügbar sind. Des Weiteren, was ich euch hier ans Herz legen möchte, ist mein eigener WhatsApp-Kanal, den ich jetzt vor kurzem erst ins Leben gerufen habe. Früher habe ich das anders gemacht. Mittlerweile läuft das so ab, dass ich hier die Deals veröffentliche. Auch alle News rund um E-Commerce werde ich hier mit euch teilen. Auch meine Videos, die neu veröffentlicht werden, packe ich hier in diesen Kanal. Ihr könnt hier einfach das Ganze hinzufügen bei euch, bei WhatsApp. Kennt ihr sicherlich bestimmt schon. Link unten in der Videobeschreibung. Das Ganze läuft komplett anonym. Ihr seht hier keine anderen Nutzern. Und ihr werdet auch nicht gesehen. Eure Telefonnummer bleibt, so gesagt, aus datenschutzrechtlichen Gründen auch hier komplett ausgeblendet. Und sehr gute Idee hier, was WhatsApp gemacht hat. Und eignet sich ideal dafür, hier wirklich die Sachen direkt aufs Handy zu bekommen. Aber auch Telegram nutze. Ich kann es dir auch gerne unten in der Videobeschreibung anschauen. Lass uns mal die Deals anschauen, die ich bereits hier seit Donnerstag mit euch geteilt habe. Und die Preisentwicklung dazu. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, auch direkt auf die Produkte zu gelangen, durch den Link, den ich hier in dem Kanal poste. Und hier habt ihr vielleicht schon gesehen, beschreibe ich natürlich das Produkt ein bisschen, den Aktionspreis, zeige ich euch dann Idealo-Vergleichspreise, auch Marktplätze, die größten Amazon und Ebay, gebe ich mal hier direkt mit an. Und einen möglichen Reseller-Gewinn. Da seht ihr direkt, was wäre möglich, um hier das Produkt zu kaufen und Gewinn zu verkaufen. Und in manchen Fällen ist es mehr, in manchen Fällen weniger. Natürlich macht es oft auch die Masse aus, die man hier dann kauft und weiterverkauft. Aber wie gesagt, lass uns mal schauen, wie sich das weiterentwickelt hat. Zum Beispiel so eine Diesel-Uhr habe ich mit euch geteilt. Für 156,70 Euro gab es diese Stand jetzt, kostet sie knapp 300 Euro wieder. Ja, diese Sachen laufen sehr gut. Schmuck und Accessoires, besonders im Weihnachtsgeschäft, eignen sich perfekt. Also hier war der Preis halt ein paar Tage günstig und dann wieder hochgegangen. Ein ganz normales Verhalten von Preisen. Dann haben wir hier viele Kopfhörer gehabt, die Stand jetzt reduziert sind. Auch ein sehr gutes Produkt, was gerne verschenkt wird zum Weihnachtsgeschäft. Hier auch ein regulärer Preis, sehr lange, über eine lange Periode für 136 Euro. Stand jetzt 79,99 Euro gibt es auch tatsächlich noch. Wie gesagt, hier direkt im WhatsApp-Kanal verlinkt. Und da kannst du direkt hier zuschlagen, falls du möchtest. Auch hier noch ein anderes Kopfhörermodell haben wir auch. Regulärer Preis für 138, Stand jetzt 99, sehr qualitative Kopfhörer. Dann haben wir hier eine Logitech-Maus, Standardpreis knapp 100 Euro, gerade für 69,90 Euro. Und was haben wir hier noch? So einen Nass- und Trockenrasierer für Herren. Haben wir regulären Preis bei um die 120 Euro, Stand jetzt 81,99 Euro. Da sind natürlich dann auch Gewinne möglich wie 10 bis 15 Euro. Klingt für den einen oder anderen wenig. Ich finde es eine sehr gute Marge für ein Produkt, was so günstig und einfach und vor allem risikolos gekauft werden kann. Ihr müsst wissen, ihr habt immer die Möglichkeit hier besonders bei Amazon, dem verlängerten Rückgaberecht bis zum 31. Januar 2024, also über zwei Monate jetzt noch Zeit, es zurückzugeben und zu retournieren, falls es doch nicht geklappt hat, es weiter zu verkaufen. Also perfekte Gelegenheit für alle die, die kein großes Risiko eingehen wollen und hier einfach handeln wollen. Des Weiteren habt ihr auch die Möglichkeit, natürlich auch noch Cashback zu nutzen. Bei Amazon habt ihr hier Payback, was auch gemacht werden kann. Auf anderen Online-Shops habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Cashback-Portale zu nutzen. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung oder auch hier oben in der Infobox immer. Da habt ihr die Möglichkeit, das Überschub zu machen. Ihr habt hier Top-Cashback als Plattform oder iGral. Habt ihr auch die Möglichkeit, hier könnt ihr immer prozentual sparen, wenn ihr kauft, auch bei Ebay und vielen anderen Möglichkeiten. So, des Weiteren habt ihr auch die Möglichkeit, wozu ich auch unten einen Link in der Videobeschreibung passe zu einem Video. Und zwar verschiedenen Deal-Portalen, wie zum Beispiel MyDeals oder anderen Sparportalen, wo viele Deals veröffentlicht werden, geteilt werden, die vielleicht bei mir gar nicht erscheinen, weil sie unprofitabel sind, aber für den Privatgebrauch immer zu gebrauchen. Und dementsprechend auch hier eine sehr gute Möglichkeit, da mal reinzuschauen. Ich hoffe, euch war das eine Hilfe hier, vor allem jetzt vor dem Weihnachtsgeschäft und der Black Week. Black Friday beginnt tatsächlich jetzt am 24. Amazon hat hier das Ganze ab 17. begonnen und es endet am 27. November, wie ihr seht. Und deshalb habt ihr hier noch einen guten Zeitraum, wo ihr nach Schnäppchen jagen könnt. Und ich helfe euch dabei, wir können uns hier als Community austauschen und wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß dabei. Und falls nicht geschehen, abonniert gerne diesen Kanal, wie gesagt, und gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich freue mich. Bis zum nächsten Video. Ciao.